Wie ihr seid, ich räume nicht gerne euch die Zeit, es tut mir wirklich etwas leid. Ich hab's mir reichlich überlebt, ein altes Sprichwort sagt, wenn's am schönsten ist, dass man geht. Ein Jünger kommt, ein alter geht, man sieht, wie sich die Welt so dreht. Ich stelle euch einen jungen Kanu vor, er geht für mich ab sofort kaum vor, denn ich weiß, ich schieße kein Eigentor, ihr kennt ihn wohl, er ist aktiv. Doch vorher hab ich noch eine Witte. Der erste Schuss am schmutzigen Morgen 2010 ist mein letzter Schuss als Kanonier und den schieb's ich. Nun, neuer Kanonier, komm her und lass mich sehen, du wirst die nächsten 38 Jahre für mich vorne gehen. Lass los, die Uniform ist die gleiche, vererbe ich's wie der Zug, unter Zeugen aller hier und heute. Das wär's dann. Applaus Ich weiß nicht, warum, was ich hier richtig gehackt habe ich. Jetzt ist es aber schon schief, wenn wir das Alter hätten, dann hast du nicht mehr so besorgt, die ganzen Kaisen. Lass uns immer die Schmierung vorlegen, dann kann man nicht mal aufstehen. Mein Kollege hat aber gesagt, wenn man gut muss, hätten wir erst, wenn man im Grossengraben liegt und die Hunde schlägt, die hat und die Mönchel liegt. Lieber Damen, vielen Dank für die Einführung der Worte. Ob ich solche Räusche in den Buch eintragen kann, weiß ich doch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall von der Wüte gehen. Und was, was es dem Thema Erste Schuss betrifft, habe ich für was. Ich bringe dir die Patronen für den Erste Schuss unserer Stadt. Jawohl. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus